ja willkommen zurück zu let's play minecraft infinity und wie man ja sieht sind wir gerade mitten dabei bei brutania gut mitten dabei ist übertrieben wir sind gerade in der zweiten folge und also brutania zweite folge und noch mal holz wieder ich wollte jetzt mal diesen stab bauen so und dann brauchen wir ja es ist eben eigentlich sind schon wieder dunkel ist da alles ist da läuft da alles so wie es sein soll so aus ja okay ja alles gut alles gut rein verbracht wird ja gar nichts sieht man also die 40 ding es ist ja nichts es muss im e-system was kann angeschlossen ist also wir brauchen jetzt die scharzt nicht das sind wieder andere chance die machen wir dann irgendwann später nee wir brauchen jetzt gold mit was gold und zwar brauchen wir gold und dann einen schad dann haben wir den meinings hier so gut ich meine das komplette holz würde ich sagen das was ich hab dann nach wo ich halt noch mehr holz holen so also jetzt kann man glaube ich hier mit dem stab kann man das irgendwie sehen die tun auf jeden fall mal nach gut ziehen wenn ich jetzt in die hinstelle Hallo? Äh, ja. Aber gut. Wie kann ich denn jetzt... Hallo? Was war denn mit dem Stab? Konnten wir sehen, wie viel... Oder muss man da noch was draus machen? Warte. Weil das sieht mir jetzt noch nicht so gut aus. Ähm, nein. Basic. Das ist Basic. Achso, das sind einfach nur die Blumen, okay. Dann für Daisy, Unique Altar. Stimmt, den müssen wir auch noch machen. Genau, jetzt müssen wir aber erstmal... Das war's. Der war's. Hier, haben wir ihn doch. Und... Ich weiß jetzt nicht, was da dann der Unterschied ist. Okay, wir brauchen also noch mehr. Hä? Drei Stück. Wollen wir den Weißen hier. Und dann mach ich jetzt einfach mal... So. Jetzt haben wir's. Das war er. So, also die hier hat gerade nix. Und der hat... Oh, okay. Was? Oh, der wird jetzt da reingeleitet. So. Und jetzt brauchen wir... Den Altar. Walsch. Nicht den Altar. Ich mein' den, den, den... Den hier. Den wir da mal hier hin. So, dann kannst du jetzt... So. Weißt du jetzt nicht, ob da was eingeht? Das ist auch noch nicht fertig. Warte mal. Wir sind da, glaube ich, noch nicht fertig. Ähm. Wo ist denn denn hier der... Nanapool? Nanapool? Hä? Hä? Äh. 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 muss ich ihn dann ich hab da noch gar nichts verstehe ich jetzt nicht ich muss einmal am pool haben wo es drin ist ich noch mal so ein ding den dann da rein schmeißen so warte also es wird gerade mehr selbst meiner von items sollen das hier ja das geht nicht auch gut ich glaube wir brauchen ja ich glaube ich mache mal mehr von den blumen dann wir brauchen da welche waren das also das war folgendes also brauchen da zwei von denen dann kann ich nicht mehr so viel machen orange und light blue gut und zieht's okay also eins zwei eins eins und zieht's da wir keine zieht's haben einen zieht aber das kann jetzt dauern bis wir hier zieht's haben so der ist kannte man ja das kann so wir sehen das da hin kann ich jetzt vielleicht aber es wird mir doch so angeht das verstehe ich jetzt nicht hier wird nämlich der du für mana pool den ich ja hier habe du für du lädten die warte genau du lädt in du lädt man das drin ist und dann nur so ganz wenig und dann kriege ich dann ein mal aus aber wo sie so braucht sie sammeln danke das nicht kapieren ich tue auf jeden fall mal naja gut vielleicht wollen wir noch gar nicht erst mal ja das ja also wenn das nicht geht dann machen wir weiter so wir haben jetzt den mann obwohl man das wieder einmal dann gibt es dem kann man dann noch sachen speichern also mana also in so einem tablet wie da steht mit der hier kann man noch und die hier machen nachts nachts mana brauchen wir einen schwarzen grau und lila da kann man dann nacht blumen machen wieder nachts ähm mana produzieren aber wieso gibt da jetzt geht es hey mana pool so jetzt brauche ich den ja nicht mehr mana pool so selben selten er das nicht er sei halt immer nur ab und zu mal was ne weil der hat ja immer noch sehr viel drin der hat nix also hat schon was aber egal kann ja aufladen denn ich weiß nicht was man damit jetzt macht noch mal einer pool draus machen oder was weiß ich den sieht ich habe keine grau oder doch grau habe ich aber schwarz habe ich nicht schwarz weiß nicht ob die schwarz sind wieder eigentlich war mit doch so nimmt er die dann nicht diese nicht nur die die leuchten ja dann könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ich noch hier in dem mod machen kann ich meine ich kann weiß was man machen kann aber nicht wo es ist es ist das blöde also ich weiß auch nicht alles was man machen kann deswegen könnt ihr mir ja gerne in die kommentare schreiben was ihr wisst da haben wir die schwarzen und bevor ihr zombies kommen gehe ich mal lieber ins bett und ich sollte mal fackeln hinstellen und vielleicht beim nächsten mal dann wenn wir soweit sind auch eine magnum torch machen die wir dann da hinstellen einfach so dann zum weg ich hoffe es so erstmal schwarze hier sind ja so viel zeug ich tue jetzt einfach alles daran ist mir scheißegal wenn man kommt ja noch verbindung zu meinem e system es wird weit aber kriegen wir hin also wir brauchen auch hin schwarze graue die lange oder mal kinder ich magenta lila so und sieht haben wir noch ein okay wasser rein damit und dann wie war das zwei schwarzen grauen und niedernen ok zwei schwarzen grauen und den niedernen und sieht so da haben wir die die nacht was macht macht natürlich nur nachts mal und ich kapier das nicht das der wird immer voller der wird nicht voll oder ja da wird nur alle paar mal so ein bisschen was folgesau getropft geduldet ja und da die kann halt nur nachts deswegen wenn der server ladet dann muss ich glaube ich den chunklaut ein bisschen erweitern damit hier auch geladen ist damit wir mal da bekommen über die woche die ich nicht da bin also die woche die ihr jetzt grad guckt wenn ich das nicht bekomme so bis dahin habe ich mir glaube ich auch anguckt was mir alles machen kann und weiß zumindest etwas es gibt hier irgendwo noch eine pflanze aber das sind jetzt erstmal die die mana generieren dann die diese also maschinen die jetzt manipulieren oder wer sagt ne und das hier sind dann die die was produzieren also die was anderes machen außer mana also die aus meiner was machen ich hab die hier was macht die ah das ist so eine art ventilator das ist auch gut treton ah und das ist so eine so eine art harvester die tut nämlich nur erwachsene tiere äh also äh leute kaputt machen also wenn man jetzt zum beispiel eine kuh hat tut die nur die großen kühle kaputt hauen auch hat man dafür ähm elatona die macht auch irgendwas ja und das tut allen kreaturen außer als spielern schaden zufügen die hier bäuchte gibt ähm gut das waren also sind sachen hier dann gibt es hier noch wer da war gut das war erst mal den altar wo ist er denn hier ne unigantar da brauchen wir was brauchen wir da haben wir jetzt erstmal ein diamant ok ich hab schon gedacht diamant da brauchen wir aber ein bisschen mehr mana na gut bei der enderperle ja brauchen wir schon ein bisschen mana für ne ich hoffe wir nehmen aber diamanten diamanten haben wir mehr also ich zumindest oder nehme ich enderperlen komm ich nehme jetzt ein diamant fähig das ist noch den altar dann gucken wir mal ja wir haben zu wenig gemacht neun jetzt sende doch dein zeug wie kann ich in dem oder hat er es jetzt rüber gesendet sieht du wenigstens so aus ja aber das ist immer noch zu wenig also das wird wohl nix ich kann doch mal das jetzt sammeln auch was du den krieg ich kann doch noch das jetzt wir haben das normale na das ist doch ich bin dir ernst oder da habe ich einen ja einen einen nur einen einzigen ich habe das wird nichts einen 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 kann ich was das zweite ich kann ja stundenlang umsuchen was der dritte ganze wiese abgrasen was ist das denn was ist das denn wo manchmal drücke ich auf die maus dann macht er erstmal nichts und dann dauert es erstmal ein bisschen bis er wieder was macht das ist irgendwie komisch also dann machen wir halt noch so eine tagblume immer zu wenig okay tagblume ich mache jetzt erstmal alle dinge hier zu schatz na ich kann die nicht so reinlegen ist so kacke weiß die sind nix grün witchery die das machen wir auch noch das heißt witsche alles witsche gibt es nicht ich fordere keine witsche gerade ich weiß jetzt trotzdem mal da rein halt auch so habe ich eigentlich alle ne hier sind noch da ist noch blume nur die ne da sind noch diese blume wupp diese blume wupp und diese blume wupp so also was brauchen wir denn für den alt da so wir brauchen den rock und den das stimmt das war das nein ich wollte eigentlich schon blumen machen stimmt da war ja was also wir brauchen orange gelb zwei gelbe orange und hellblau aber gelb habe ich nichts mehr hier das ist blöd und das darf ich nicht so das wichtigste vergessen ich kann es auch direkt in meiner achso das wüsste ich gar nicht egal ist egal ich habe hier umzustellen bringt nicht viel haben wir jetzt genug gibt es nicht ja dann dann äh ist wohl jetzt nichts mehr zu tun bis ich mal Mana habe kann ich eigentlich nur das machen und sage einfach mal dass ich in der nächsten Folge dann weiter mache ich weiß aber jetzt nicht wie es macht die Woche weil ich ja nicht da bin und ich ehrlich gesagt keine Lust habe an einem Tag alles aufzunehmen deswegen wird die Woche wohl nicht so viele Videos kommen ähm ja wer wissen will warum ich nicht da bin der kann nächste Folge zu gucken ne also ich bin auf Berufsschule und ja deswegen bin ich nächste Woche nicht da also die Woche wo ihr dieses Video guckt da bin ich gerade bei Berufsschule deswegen tue ich das vorbeirut zu produzieren und deswegen sind die mal so ein bisschen un wie sagt man ja wie sagt man egal unvorbereitet so kann ich sagen so unvorbereitet sind sie halt so ein bisschen weil ich mir jetzt nicht so viel Zeit gehabt habe um hier den Matten mehr anzugucken aber ich denke mal bis ich wieder da bin habe ich mir den Matten mal angeguckt und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss